hallo hier bin ich wieder euer blindfisch ja hier steht besagter tresor ja ich sag da mal nicht so was haben wir dort drin ach ja na gut man kann ja nicht immer alles finden und alles wissen da haben wir auf jeden fall die spule für die maschine da bin ich jetzt aber echt gespannt drauf was das gibt so das heißt hippity hoppity hier in die kanalisation in anführungszeichen runter es ist ja keine kanalisation sondern mehr ein gut getarntes tunnelsystem die spule ja ich habe halt ich habe nicht so soweit gedacht dann den tresor so in der nähe zu suchen und er wurde auch auf meinem gerät tatsächlich nicht angezeigt von daher ja kann man mal übersehen würde ich sagen aber dafür gibt es ja intelligente leute im internet wo man dann solche dinge mal schnell nachlesen kann jetzt geht es wieder runter timber und so ihr wisst bescheid und dann setzen wir das ding mal ein und dann bin ich tatsächlich sehr gespannt was passiert rein mit dem guten teil jetzt können wir das ding bedienen oder was müssen wir machen müssen wir sind wir irgendwie hier an das kontroll ding oder wie bediene ich das gute stück hier nicht fehlt noch irgendwas den knopf drücken kann ich nicht aber wahrscheinlich das ding wie man es bedient na ja ok macht's denn oh da würde ich doch lieber weg what was war das denn ooooh aaaaaaah uuuuuh da sind wir dann generell im park hier schon fertig zurück zur luke also was doch unter der luke wie ich vermutet habe mir hat nur so ein kleines kleines puzzleteil gefehlt hier weiter also aus diesen tunnen hier rauszukommen da bin ich nicht traurig drum ach Gott diese leitern hinunter mit uns ach gar nicht dunkel hier ah schaut mal wir sind auf der anderen seite also der zug hat uns hier nicht durchgefahren aber es ist tatsächlich die andere seite des tunnels und dort hinten sind dann die ganzen sachen die wir uns anschauen können schaffen wir den sprung ja repair the bridge why what's the point when we can't even clear out the tunnel the military messed up Ross Tagebuch Nummer 2 15. Mai es hat funktioniert trotz des komatösen zustand des patienten konnten wir sein limbisches system stimulieren und das spektrum der elementar emotionen durchgehen wie dr anderson beabsichtigt ich denke wir haben unsere verbindung okay okay mhm 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 ja gut rechts links keine Sorge ich hab keine rechts links schwäche ich hab nur außer Palter zuerst nach links geguckt jetzt kommen wir doch noch zu diesem Bahnhof ich hab mich ja schon gefragt tschüss tschüss Atlas Park du warst sehr schön muss ich jetzt hier gleich irgendwie rausspringen oder so oder hält's automatisch an okay sehr schön hier ist ne Kette Bolzenschneider haben wir nicht zufällig dabei na gut wer hätte gedacht oh mein Gott was du willst den Zug flott machen na da bin ich ja gespannt drauf also ich kann den nicht fahren hau Markus du war ajudlich in deinem in deinem äh okay feriode schmerber Okay... Oh. Ich dachte, da kommen wir vielleicht rüber. Ich hoffe, das hier ist keine Sackgasse. Aber irgendwas in mir sagt mir, dass es so ist. Äh! Nein! Nein! Na gut. Ich glaube, wir müssen tatsächlich außen rumlaufen. Warum sind denn dann hier Schienen? Ihr Schweine! Ich probiere es hier nochmal. Nein! Na gut. Na gut, na gut. Dann wollen wir mal nicht so sein. Dann gehen wir halt den langen Weg außen rum. Na gut. Ich hoffe, die Tür da ist auf. Hier ist auch noch was. Sieht auch interessant aus. Komm schon, Mr. Tür. Ja. Zu. Hm. Soll ich mir das nicht angucken kann? Das hängt da so auffällig. Ah. Ist das unser lieber Kerl, den wir eben schon gehört haben? Unser abhängiger Freund. Moment. Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel zu was? Na gut. Na gut, wir dürfen uns den Zettel nicht genauer angucken. Hier ist eine Bahnhofshalle. Sehr hübsch. Ja, 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 ja. Hier gibt es viel zu gucken. Ach Gott. Hoch können wir auch noch. Oh je. Oh je. Oh. Alter, der Andropov ist mir bis jetzt der Sympathischste, muss ich sagen. Was? Was? Wach? Die Roten Schwalben. Das war der Zettel, der hinter dem Spiegel klemmte. Das war also eine kleine Revoltegruppe. Okay, so, Departure at 9, Cargo for Eagle View and a few passengers with time for unloading and routine checks. Hmm, let's say 10 hours. Train should be back here by noon tomorrow. Weh nur. Wir werden gerade ganz schön viele neue Charaktere eingeführt. How alive this place must have been when people knew where they were going. Hm. Oh. Okay, wir können hier auf jeden Fall nichts bedienen. Sondern hier ging es mir um die Notizen. Schauen wir mal weiter. Ich will auf jeden Fall diese Kanalisation dann noch auschecken. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Tschöne. Was ist das, dass du da bist? Es ist ein Symbol. Die Zwiebeln vielleicht sind weg, aber ich habe weitergegangen. Ich habe eine neue Familie gefunden. Eine, die etwas bedeutet. Du solltest sie kommen und treffen. Schauen Sie sich selbst. Vielleicht. Sлушайте, Tanya. Du erinnerst die Pläne für die Zentrale Bank? Well, ich habe noch das Paket. Und ich habe gedacht, dass ich vielleicht es könnte. Hier. Jetzt. Oh, guck mal, da haben wir den Flyer. Red Swallows. No Slaves. No Elites. Just for justice. And the people. I remember the news. Used to call them a protest group. Then they raided that warehouse. And they were upgraded to radicals. If things had kept going that way, I'm sure they'd eventually be terrorists. Hier haben sie geschlafen, dann. Hier haben sie geschlafen, dann. Well, at least I think he said that. He looked half asleep. Sympathy. Ha! Camp fruit and powder milk. The sympathies of an oligarch. Shana, look. Some of the new people brought two bottles of wine. They want you to have it. Shana. Ah, get some mugs and share it with the others. Make sure everyone gets a taste. We all need it. Lecker, lecker Weinchen. Ah, hier kann ich nicht durch. Gucken wir jetzt mal gerade, was hier unten ist. Guck mal hier von der Ferne nochmal der Blick auf die wunderbare, den wunderbaren Atlas Park. Oh, okay. Das frage ich mich auch. Und wie das klingt, werden wir es herausfinden. Ich muss trotzdem mal hier gucken, ob hier nicht irgendwas rumliegt. Der kennt mich. Aber. Sieht nicht so aus. Vielleicht. Ich kann mir den Weg nicht sparen, Leute. Ich kann mir nichts entgehen lassen. Na gut. Bevor wir hier jetzt wieder runter plumpsen. Das sind so Spiele. Eigentlich bräuchte ich hier einen Todes-Counter. So oft wie ich jetzt einfach schon mit meinem Bobsch hier von der Plattform gerutscht bin. So, hier oben waren wir noch nicht. Aber da kommen wir auf jeden Fall nicht in die Tunnel. Ah. Oh, es gibt auf jeden Fall ein Ventilator-System. Wir gucken jetzt erst mal hier oben. Ob wir hier hinein dürfen. Ja. Oh. Haben sie hier Gemüse angebaut? Was ist hier los? Oh, das ist hier. Das ist richtig, Herr. Die Verpackungen sind fast fertig. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Sehr gut. Aber du hast das gesagt, seit gestern. Bitte be aware, dass mein Geschäft ist urgent. Natürlich, Herr. Natürlich. Es ist nur ein... Lose-Engin-Bearings. Es wird gut gemacht. Ja. Ja. An so einer da. Kein Essen zum Anbauen sieht mehr nach Zierefeu aus. Oh, und Schlüssel. Igelview, das haben wir schon öfter gehört, Leute. Was ist denn passiert? Okay. Das ist eine große, große Anbietung. Die Schlüssel zur Tinkerer-Stoy-Rum. Ich habe es mit Frau Sav. Sie wirklich denkt, ob alles. Sie hat mir das zu behalten. Ich meine Leben. Für was sie mir verdient, werde ich es jemandem. Vielleicht Patraschkos. Oha. Alter, dieser Bodroff, ne? Oh. Passt halt mal raus. Okay, ja, das klingt auch nicht gut. Was bist du denn hier? Du kommst wohin? Da. Und... Wir brauchen immer noch was, um die Kette da zu durchbrechen. Einen Bolzelschneider oder irgendwas. Und wir waren immer noch nicht in der Kanalisation hier. Ah, die sind... Die ist weiterhin verschlossen. Da hinten haben wir es noch nicht probiert. Telefonapparate. Warum höre ich Stimmen? Das gefällt mir nicht, Freunde. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Oh, Markus. Hat sich wahrscheinlich wieder Zeug gespritzt, der Gute. Oh nein, nein, ich möchte nicht. Was haben wir jetzt hier gemacht? Ich mag es nicht, Hebel umzulegen, ohne zu wissen, was da passiert ist. Ist hier noch irgendwas? Ist das wahrscheinlich unter uns? Äh. Oh ja, mhm. Wieder schöne dunkle Tunnel. Oh, komm. Kann ich das von innen öffnen? Okay, auch nicht. Okay. Warum erzählt der mir sowas? Wer ist er? Was sollen diese Geschichten? Okay. Wie müssen wir das? Ah, doch. Guck mal, hier ist was. Ach. Sind das vielleicht Waffenlieferungen? Hä, wer ist denn die Bitch, die die alle... Also... Uff, die scheint ja sehr beliebt zu sein. Kriegt ja den ganzen Hass ab. Die Architekten, die diesen Teil der Stadt gebaut haben, haben wirklich nicht viel für die Idee von Accessibility, haben sie? Sorry. Tut mir leid. Das muss sie mir jetzt gerade mal geben. Oh, müssen wir da jetzt wirklich runter? Oder müssen wir hier über die Dinger laufen, quasi? Hier ist es voll dunkel. Ich sehe nicht, was hier ist. Kann wir hier her? Nee. Oder? Ich glaube nicht. Ja, das ist wirklich ein sehr komisches System. Wir machen... Das ist... Ich 2 2 3 4 4 5 7 4 5 7 11 Vielen Dank.